Das hat auch ganz gut gerockt. So, jetzt gibt es hier nochmal ganz kurz einen Menschen namens Malte, der mal eine kleine Danksache machen will. Hi, das ist mir heute mal ein Anliegen, dass ich ganz spontan, ganz kurz, zwei Dinge sage. Zum einen möchte ich mich bei der Friedensbewegung bedanken, bei der alten, also alten Friedensbewegung, 1.0 genau, dafür, dass Sie auf uns zugekommen sind, weil das finde ich unheimlich wichtig. Und dann vielleicht auch im Namen von uns allen hoffe ich nochmal ein Danke an Lars, der ist schon weg, ich weiß es gar nicht, ist nicht mehr hier. Also erstmal Danke an Lars für alles, was du bisher gemacht hast. Und für die Aktivität und überhaupt, aber auch ganz explizit Danke an Lars, dass er nicht an den Posten klebt, sondern einfach den auch abgegeben hat, und damit es eben nicht ein Personenkult ist, sondern damit es wirklich eine offene Bewegung wird und es weitergeben kann. Vielen Dank. Danke Malte, gute Ansage. Genau, wir sind der Schwarm und wir sind ja viele. Und, ähm, genau. So, jetzt bitte.